Ich weiß natürlich, dass es sicher spannender und gemütlicher wäre, wenn man sich zu Hause bei jemandem auf dem Sofa trifft, in die Bücher vor Ort eintauchen kann, die Bücher sich anschauen kann und auch spüren kann und sich dann darüber austauscht. Aber aufgrund von Corona ist es jetzt einfach nicht möglich und so machen wir eine Online-Bücherparty. Es stellt sich natürlich die Frage, warum sollte man bei Bücherparty bestellen und nicht beim großen Online-Versandhaus, der seine Pakete mit einem Lächeln verschickt. Zum einen suche ich ja für euch hier spannende und lehrreiche und passende Bücher für bestimmte Altersgruppen und für die Interessen eurer Kinder heraus. Lasst euch da hier online in die Bücher reinschauen und beantworte auch alle eure Fragen. Zum anderen wird das Lager von Bücherparty von behinderten Menschen organisiert und verwaltet. Die verschicken auch die Bücher. Von daher kann man gleich noch etwas Gutes tun. Und zum anderen ist es natürlich auch für die Gastgeberin spannend, da sie eben einen bestimmten Prozentsatz der umgesetzten Bücher, die ihr kauft, auf ihre eigenen Bücher, die sie sich aussucht, angerechnet bekommt. Schaut euch doch schon einmal den Bücherkatalog in Ruhe an und gebt mir bitte Rückmeldung über das Alter und über die Wünsche und Interessen von euren Kindern, sodass ich für jeden die passenden Bücher vorstellen kann. Und dann lesen wir uns bald. Bis dahin! Bis dahin! Bis dahin!